Mit unserer heutigen Band, sie heißt Black River Delta, extra schön noch drauf geschrieben, damit man es auch nicht vergisst und sie kommen aus Schweden. Herzlich willkommen, good to have you, let's go. Untertitelung. BR 2018 Das war schon mal ein guter Einstieg, also Sie sehen schon, wir haben sehr viel vor. Und an dieser Stelle erst mal Ihnen auch noch mal einen schönen guten Morgen. Und damit machen wir jetzt erst mal News, Maya Weber hat die und wir sagen guten Morgen, Maya. Und Mietri kann es gleich kommen, wir haben eine Band aus Schweden heute bei uns zu Gast, wenn man den Sound hört, so ein bisschen Blues Rock, könnte man eigentlich... Ja, klingt wirklich so ein bisschen wie Mississippi. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie heute bei uns sind. Die zweite Platte ist draußen, Black River Delta heißt die und wir hören jetzt Gun For You. Und wer die Band heute noch mal live sehen möchte, kann das entweder jetzt tun oder aber heute Abend in Berlin. Da startet nämlich die Tour. Morgen 5.30 Uhr sind wir wieder da. Tschüss und bis dann. Applaus 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 I've been a Calvin man They ship me off to another land With a gun in my hand I'm a fighting man I'm a fighting man I roam the streets in another land With a gun in my hand I've got it for you I know 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 I've got it for you Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020